Bitcoin-Mining-Riese CleanSpark kauft zwei weitere Minen. CleanSpark hat zwei Bitcoin-Minen in Mississippi für 5,77 Millionen US-Dollar erworben und setzt damit seine Expansion fort. CleanSpark ist das viertgrößte Mining-Unternehmen weltweit mit einer Bewertung von 2,31 Milliarden US-Dollar und kaufte kürzlich sieben Minen in Tennessee. Die neuen Minen werden mit S21 Pro Minern ausgestattet, die eine kombinierte Hashrate von etwa einem Exahash pro Sekunde erreichen. Aktuell liefert CleanSpark bereits eine Hashrate von über 26 Exahashes pro Sekunde, die bis Ende des Jahres auf 37 Exahashes pro Sekunde steigen soll. CEO Zach Bradford betont, dass das Wachstum von CleanSpark langfristigen Wert für die Aktionäre schafft und plant, die Hashrate bis 2025 auf 50 Exahashes pro Sekunde zu erhöhen. Diese Meldung erschien zuerst auf unserer Website. Für weitere Informationen zu Kryptowährungen abonniere unseren Kanal oder schau dir das nächste Video an.